Hallo, wir sind in der Schalbersgasse und es ist unser Kindergarten. Wir wollten euch mal die Künstlerwerkstatt zeigen. Ihr sollt uns hinterherlaufen, wenn ihr wollt. Unseren Evangelischen Stiftungskindergarten findet man mitten in Herzen Kitzingens. Wir betreuen hier in vier Gruppen 100 Kindergartenkinder im Alter von zweieinhalb bis sechs Jahren. Die Kinder können sich hier frei bewegen im Haus, in der Naturwerkstatt entdecken, in der Künstlerwerkstatt kreativ tätig sein, in der Kinderbaustelle zu großen Bauherren werden und in der Wissenswelt forschen und sich mit Farben, Formen, Zahlen und Buchstaben beschäftigen. Wir haben diesen kleinen Onkel im Pippi-Landstrump-Projekt gebastelt. Und bei dem Projekt haben wir halt, und es hat so viel Spaß gemacht, wir wollen euch jetzt ganz schnell in die Kinderbaustelle bringen, weil da wollen wir euch noch was zeigen. Und wir sind hier in der Kinderbaustelle. Und ich heiße Sarah und wir sind hier in der Kinderbaustelle. Und ich baue gerade einen Turm. Und ich auch. Und man kann hier auch Häuser bauen. Wir führen euch jetzt in den Turmraum. Wir sind im Turmraum und wir heißen Leni und Linus. Wir bringen euch in die Wissenswelt. Und wo die Eisbären? Und hier sind Fische drinnen. Und das ist leider ein Mistgefühl für die Verbruchung. Ein Mistkäfer. Und das hier ist eine Schnecke. Und dann muss man auch Schuhe ausziehen. Dann kann man da so schlafen. Und manche machen da drin auch Quatsch. Und wir dürfen rein. Ja. Und nicht streiten, nicht aus anderen Wahlen. Und nicht die ganzen Spielsachen wegschmeißen. Was uns auch noch sehr wichtig ist, in der Arbeit mit unseren Kindern, die Kinder an den direkten Entscheidungen, die sie betreffen, zu beteiligen. Das tun wir in Form von Kinderkonferenzen, in Form von Umfragen bei den Kindern und auch natürlich im direkten Miteinander in der Arbeit direkt mit den Kindern, in der pädagogischen Arbeit. Wir werden euch in die Naturwärts starten. Wie groß war der Wurm? So groß. Nein! Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Musik Hier ist Müsli, da sind Marmeladenbrote und Obstsalat so manchmal, Schaukel, da zeigen wir Sandkasten und die Rutsche und dass man hier ganz viel rennen darf. Musik Musik Musik